Liss aufs Gummiband, Liss aufs Hammer oder Liss am Feuerstern? So, machen wir das Gummiband. Das macht da noch richtig kaum zu schauen. Es macht ja so an sich schon relativ gut zu fahren. Jetzt muss ich hier mal runter. Hier ist ein Kreisel. Aha. Ja, da war ich aber jetzt schon. Bei den Kreisen gehts ja nicht noch irgendwie weiter. Das wird zumindest nicht so lange Zeit. Aber hier ist... Ah, hier kann man hoch. Nice, okay, das ist gut. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, das ist ein Schatzlichter. Hurra, ich habe sie gefunden. Also bekomme ich auch alles, was drin ist, oder? Ja. Ja. Sehr gut. Auf gar keinen Fall. Gut, dann waren wir jetzt ja hier auch. Ist nur noch die Frage, wie wir da hinten jetzt endlich mal irgendwie hinkommen. Warte mal. Vielleicht von da oben irgendwie. Hier weiter. Ah, da ist ein Item. Ja, da kann man hoch. Nice. Okay, wo sind wir jetzt? Ah, hier ist noch eine Schatzkiste. Wieder mal. Frost-Element-Schmuck. Ah, das ist wieder so eine Verbesserungssache. Aber leider nur gegen Frost, also gegen Eis sozusagen. Eine Verbesserung, aber das muss jetzt nicht sein. Also ist jetzt nicht so dringend notwendig, sag ich mal. Ja, hier kann man natürlich auch nicht runter. Okay, mehr ist hier wohl nicht. Okay, so kann man da auch nicht runter. Man kann also nur hier wieder runter. Okay. Ja, komm da hoch. Ja, komm da hoch. Ja, komm da hoch. Da kann man ja auch nirgendwo hoch. Ja. Ja, da kann wieder. War auch knapp. Kann man hier irgendwo hoch. Kann man da hoch? Nee, auch nicht. Ja. 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 Da gefühlt auch kein Weg irgendwo hoch. Ja. 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 So, das kann man auch nicht hin. Kann man da hoch irgendwie? Oder so? Nee, geht's mir auch nicht. Nee, funktioniert leider nicht. Ja, da kann man jetzt nicht mehr gehen, ne? Äh, nee, falscher Weg. So, nein. Hat das was? Ah, da haben wir einen Skorpion. Was sind eigentlich diese komischen Verstärkung-Konfu-Rom eigentlich? Und diese komische Gorilla oder was das da war. Das sind keine Krokodile. Stimmt, das sind Skorpione. Ja. Ich will auch irgendwas kriegen. Wie muss man so kämpfen? Scheinbar. Da hat auch wieder eine Pedermark dabei. Was ist das? Schuss, du bist... Wierst du? Ja, ui. Uh, Priamos hat schonmal haftige Schäden passiert. Die ist nämlich auch komplett raus, auf! Obwohl jetzt nicht mehr. Die war wahrscheinlich nur kurzzeitig beteiligt. Ich hoffe, wir haben die Waffe zu beherren. Wow. Oh. Wow. Oh. Wow. Ein Punkt! Kucktein! Loseon! Was? Oh, das war ein bisschen Heftiger. Ich bin immer gut. Ich bin der Fall. Wow. 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 Oh, Team Attack. Wie gesagt, ich freue mich schon. Noch weitere neue Team Attacken. Das wird noch so leid. Ich habe nicht gedacht, dass ich das noch überleben würde, aber jetzt bin ich tot. So. Okay, jetzt muss man da hinten hin. Habe ich noch gar nicht gesehen. Was man da auch hin kann. Weil... Dann kommt man ja vielleicht doch noch irgendwie da hin. Dann ist da so ein gelber Fall. Was bedeutet der eigentlich? Kommt man da zu einer weiteren Ebene oder was? Ah ne, da kommt man einfach nur wieder hoch. Das ist einfach nur so eine Markierung oder so. Obwohl jetzt auf einmal ist das weg. Also... Die andere Karte, die ich eigentlich brauche, um hier weiter zu kommen. Weil hier ist ja nicht... Weil ich war ja hier überall schon. Okay, dann muss ich wohl wieder zurück. So. Ich will nicht wirklich kämpfen. So. Jetzt muss man... Hier wohl irgendwie weiter. Ah, hier muss man wohl lang. Ja. Ah, hier kommt man dann also weiter. Ja. So, wir hatten schon gesehen. Hab Bock. Ich hab aber aber nicht Bock auf ihn. Deswegen machen wir das nicht. Oh. Jetzt kann Waffi kaputt machen. Da ist ne Schatzkitzel. Nice. Oh, ne Fehler noch. Ach, weg ab. Ach, weg ab. Ich hab jetzt noch mal wieder. Ich hab da noch einen Schatzkitzel. Also, ich hab da noch ein Schatzkitzel. Nice. Frage ist, was ist da? Ah, auch eine Schatzkiste, nice. Tja, da kann es wenig hin. Gita erfüllt, okay. So, jetzt bin ich hier. Da war ich auch schon bei den Robion da. Ah, hier kann Chopper bestimmt durch, ja. Chopper kann man durch. Nice. Hier am Laufen hat man viel, man passt immer was Brauchbares. Ah, hier sind Schatzkiste. Seht ihr? Genau wie ich es gesagt habe. Nudeln mit Grundsteinsalz. Okay. Aber so richtig krasse Items findet man hier meistens trotzdem nicht. Obwohl man schon so Schatzkisten drauf machen soll. Naja. So, wieder Wafi. So, den Fledermann schon gesehen. Da müssen wir jetzt da weiter. Da ist noch ein recht großer Bereich hier. Jetzt nicht. Oh, ein Panda. Ah ja, meine ich ja. Ein Panda.